Im Herbst 1868, vor genau 150 Jahren, wurden weite Teile der Schweiz durch schwere Hochwasser betroffen. Zwei stark Niederschlagsphasen ließen zahlreiche Flüsse und Seen über die Ufer treten. Der Lago Maggiore erreichte den höchsten bekannten Wasserstand und im St. Galler Rheintal bildeten sich Seen. Das Ereignis verursachte gewaltige Schäden und kostete 51 Menschen das Leben. Das Ausmaß der Schäden ließ den Bundesrat zum ersten Mal seit seinem Bestehen die Initiative zur Bewältigung einer Katastrophe ergreifen. Er setzte eine Expertenkommission zur Schadensschätzung ein, berief ein Zentralhilfskomitee und gab einen nationalen Spendenaufruf heraus. Unter dem Motto »Einer für alle, alle für einen« kamen in der wohl erfolgreichsten Sammlung der Schweizer Geschichte ca. 4 Millionen Franken zusammen. Das Hochwasser 1868 hat die Schweiz verändert. So führte es zum Beispiel zum Wasserbaugesetz von 1877. Nun wurden viele anhin freifließende Flüsse begradigt und auch Bergbäche verbaut, was unser Landschaftsbild bis heute prägt. Außerdem trug es maßgeblich zum Waldschutz bei. Experten hatten schon früher auf einen Zusammenhang zwischen Abholzung und Überschwemmungen hingewiesen. Das Hochwasser beschleunigte den politischen Prozess und führte 1876 zum Forstpolizeigesetz, das den Gebirgswald unter Schutz stellte. 1868 hat aber nicht nur die landschaftliche Entwicklung der Schweiz beeinflusst, sondern auch den gesellschaftlichen Umgang mit der Gefahr von Hochwasser verändert. Dank modernen Methoden können wir das Ereignis wissenschaftlich untersuchen und daraus lernen. Denn aus heutiger Sicht ist vor allem die Risikoabschätzung für Infrastruktur und die Vorhersage von zukünftigen Extremereignissen wichtig. Um diese wirklich verstehen und vorhersagen zu können, müssen wir möglichst viele analysieren. Auch historische Wetterereignisse wie das von 1868. Wie jedoch können wir das Wetter von 1868 rekonstruieren? Die Schweiz verfügte erst seit kurzer Zeit über ein meteorologisches Messnetz. Dieses liefert aber gerade genügend Daten für eine großräumige Rekonstruktion. Dazu werden globale Wettervorhersagemodelle verwendet, welche anhand der gemessenen Daten fortlaufend leicht korrigiert werden. So entsteht eine Computersimulation, welche mit den Messdaten übereinstimmt, aber die ganze Atmosphäre realistisch wiedergibt. Diese sogenannten Reanalysen erlauben es, das Wetter bis zurück ins 19. Jahrhundert zu rekonstruieren. Sie können jedoch kleinskalige Wetterphänomene wie Fronten, Gewitter und Konvektion nicht wiedergeben. Um das Wetter trotzdem auf lokaler Ebene zu rekonstruieren, werden sogenannte Downscaling-Techniken genutzt. Dabei wird das dynamische Downscaling und das statistische Downscaling unterschieden. Beim dynamischen Downscaling wird ein regionales Wettervorhersagemodell in die globale Reanalyse eingebettet. In diesem Beispiel für das Wetter in Europa. Darin kann dann nochmals ein kleinerer Ausschnitt eingebettet und gerechnet werden. Nach mehreren solchen Schritten beträgt die Auflösung zwei bis drei Kilometer und zeigt das lokale Wetter. Die Zusatzinformation beim dynamischen Downscaling betrifft nur Landbedeckung und Topografie, an welche sich die meteorologischen Verhältnisse aus der Reanalyse schrittweise anpassen. Trotzdem können auch lokal gute Ergebnisse erzielt werden. Neben dem dynamischen Downscaling gibt es auch statistische Ansätze. Diese verwenden lokale Information aus Wetterstationen. Ein sehr einfacher Ansatz ist das sogenannte Analogverfahren. Es funktioniert dann, wenn wir über einen Zeitraum von 30 bis 50 Jahren die gewünschte, hoch aufgelöste Wetterinformation bereits haben. Dann wird für einen Tag in der Vergangenheit anhand der Stationsmessung der ähnlichste Tag in diesem Zeitraum gesucht. Dies liefert bereits sehr brauchbare Rekonstruktionen, welche nachträglich anhand der Stationsmessungen noch weiter verbessert werden können. Für das Hochwasser von 1868 produzieren sowohl dynamisches als auch statistisches Downscaling sehr ähnliches und vor allem plausibles lokales Wetter. Für ein Verständnis von Extremereignissen ist aber nicht nur das Wetter, sondern auch dessen Auswirkung auf der Oberfläche wichtig. Darum lassen wir die Ergebnisse des Wettermodells in ein hydrologisches Modell einfließen. Dieses beschreibt die Prozesse des hydrologischen Kreislaufs aus Niederschlag, Wasserspeicherung, Abfluss und Verdunstung. Die Modelle stellen die Abflussmenge im Gerinne an einem Ort über die Zeit dar. Ob eine hohe Abflussmenge auch tatsächlich zu einer Überschwemmung führt und welche Flächen dann überschwemmt würden, hängt von weiteren Faktoren wie dem Strömungsverhalten, dem Gerinne und dem umgebenden Gelände ab. Dazu lässt man die Ergebnisse der hydrologischen Modellierung in hydraulische Modelle einfließen, wo das vergangene Gelände und Gebäude rekonstruiert und in die Simulation mit einbezogen werden. Damit lassen sich Was-wäre-wenn-Szenarien durchspielen, um die Wichtigkeit einzelner Faktoren zu beurteilen. Für das Beispiel 1868 zeigt sich, dass der historisch hohe Seespiegel im Modell heute gar nicht mehr erreicht werden kann. Die während des Hochwassers stattgefundene Erosion an der Flusssohle macht ein erneutes Hochwasser dieser Größe unmöglich. Dies gilt nicht für den Tessin oberhalb des Sees. Im Modell kann hier die Wirksamkeit der Flussverbauungen sowie die erhöhte Gefährdung durch Ausdehnung des Siedlungsgebiets genau simuliert werden. Während Hochwasser im 19. Jahrhundert häufig waren, gab es im 20. Jahrhundert überraschend wenige und das Thema Hochwasserschutz rückte in den Hintergrund. Gerade weil in dieser Zeitperiode die Siedlungsfläche stark vergrößert wurde und viele große Infrastrukturanlagen errichtet wurden, wäre eine Auseinandersetzung mit Hochwassern wichtig gewesen. Denn seit den 80er Jahren befinden wir uns wieder in einer Periode mit mehr Hochwassern, welche enorme Schäden verursachen. Diese jüngeren Ereignisse führten in der Schweiz zu einem Umdenken, zu einem neuen, integrierten Hochwasserschutz. Das ist auch wichtig, denn die Intensität starker Niederschlagsereignisse wird sich mit dem Klimawandel in Zukunft verstärken. Mit heftigeren Ereignissen muss also gerechnet werden. Vor diesem Hintergrund sind historische Ereignisse und Klimadaten eine wertvolle Informationsquelle, welche uns erlauben, besser auf diese Ereignisse vorbereitet zu sein und den Umgang mit ihnen zu lernen. vergrößern. Vertreue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.